Es war ein ruhiger Abend auf der Erde, als Zor, ein neugieriger junger Alien, das erste Mal auf einem Planeten der Menschheit landete. Zor war ein Wissenschaftler, ein Forscher, der in seiner Heimatwelt alles über die verschiedenen Lebensformen im Universum lernen wollte. Seine Mission war simpel, er sollte Menschen beobachten und mehr über ihre Gewohnheiten und ihre Eigenheiten erfahren. Doch das, was er entdeckte, war weit mehr als das, was er erwartet hatte. Er hatte gelernt, dass Menschen durch den sogenannten Fortpflanzungsprozess ihre Nachkommen zeugten, doch die Details waren ihm schleierhaft. Zor hatte viele Theorien, aber nichts konnte seine Neugier stillen. Also beschloss er, ein wenig tiefer zu graben, als ein Experiment an einer nahegelegenen Forschungsanrichtung angeboten wurde. Zor versteckte sich, beobachtete und wartete geduldig. Dann, eines Abends, als er alleine in einem kleinen Zimmer saß, traf ihn die Frage, die all seine Gedanken ergriff, warten Sie, Menschen reproduzieren sich so? Kann ich das auch mal ausprobieren? Seine Frage war so plötzlich, dass es einen Moment brauchte, um zu realisieren, wie unpassend sie klang. Doch Zor hatte nie zuvor ein solches Verhalten gesehen. Menschen schienen sehr offen zu sein, was er Reproduktionsverhalten betraf, und sie machten keine Geheimnisse daraus. Für Zor war es faszinierend, zu sehen, wie so etwas so selbstverständlich war. Er konnte nicht anders, als es laut auszusprechen, als er die menschlichen Fortpflanzungsgewohnheiten beobachtete. Warten Sie, Menschen reproduzieren sich wirklich auf diese Weise, wiederholte Zor, seine Stimme von ehrlichem Staunen durchzogen. Das ist doch wirklich, aufregend. Er war neugierig, verwehrt, aber auch ein bisschen begeistert. Schließlich fragte er sich, ob das für ihn und seine Spezies auch so funktionieren könnte. Was würde passieren, wenn er es versuchte? Würden die Menschen es mir beibringen, dachte er. Schließlich war er ein Alien, und der Gedanke, so etwas zu erleben, war extrem verlockend. Eines der Menschen, die Zor in seiner Nähe hatte, war Sarah. Sie war eine Wissenschaftlerin, die ebenfalls an den Forschungsexperimenten der Aliens teilnahm. Sie war hübsch, neugierig und hatte ein unglaubliches Verständnis für die Techniken der Aliens. Zor hatte sie schon oft beobachtet und festgestellt, dass sie sehr offen und unkompliziert war. Ihre Gespräche drehten sich meist um die Wissenschaft und die Kultur der Menschheit, aber Zor fragte sich immer wieder, ob sie auch bereit wäre, ihm mehr beizubringen. Sarah sagte Zor schließlich eines Tages, als sie zusammen an einem Tisch saßen und über menschliche und außerirdische DNA sprachen. Ich habe etwas gesehen, das mich sehr interessiert hat. Es geht um die menschliche Fortpflanzung. Ist es wirklich so, das, also, wie funktioniert das? Sarah sah ihn für einen Moment überrascht an. Zors Frage war unerwartet, aber sie kannte ihn als jemanden, der immer neugierig und offen war. Sie lächelte und erwiderte, nun, Zor, die Fortpflanzung ist eine sehr private Angelegenheit für Menschen. Aber ich kann dir einiges darüber erzählen, wenn du wirklich interessiert bist. Oh, ich bin sehr interessiert, sagte Zor und sah sie mit weit geöffneten Augen an. Ich habe so viel darüber gehört, aber ich verstehe. Er hatte nie etwas von dieser Art zuvor gesehen, geschweige denn verstanden. Zor wusste, dass es für ihn keine leichte Aufgabe sein würde, all das zu begreifen, was die Menschen so fasziniert. Aber je mehr er über ihre Reproduktion hörte, desto mehr verspürte er den Drang, es selbst zu erfahren. Es war nicht nur das mysteriöse Konzept der Fortpflanzung, das ihn reizte, sondern auch die vielen geheimen Hinweise und die intensiven Emotionen, die Menschen damit verbanden. Wie war es möglich, dass diese biologischen Prozesse so viel Leidenschaft hervorriefen? Warum schienen sich die Menschen so sehr zu freuen, wenn sie diesen besonderen Moment erlebten? Es war ein ziemlicher Schock für Zor, als er merkte, dass die menschliche Fortpflanzung nicht nur eine rein biologische Funktion war, sondern auch eine mit tiefen emotionalen und sogar körperlichen Reaktionen. Könnte ich das wirklich nachvollziehen, fragte sich Zor laut. Er wusste, dass seine Spezies nichts Vergleichbares kannte. Ihre Fortpflanzung war ein rein wissenschaftlicher Prozess, fast schon klinisch. Doch die Menschen, so schien es, verpackten alles in so viel Gefühl, Leidenschaft und wie Zor feststellte eine Menge körperlicher Nähe. Plötzlich fand sich Zor inmitten einer gewaltigen Neugier, fast wie ein Kind, das eine neue Welt entdeckt hatte. Es war nicht nur ein biologischer Akt, sondern etwas, das von weit mehr als nur physischer Anziehung geprägt war. Was genau passiert da, murmelte er sich selbst zu, während er eine Szene beobachtete, in der ein menschliches Paar in einer Art Umarmung verweilte, die für ihn vollkommen fremd war. Sie schienen so intensiv in ihrem Austausch zu sein, als ob es nicht nur um das körperliche Zusammensein ginge. Für Zor war das eine Entdeckung der besonderen Art er konnte fühlen, dass da mehr war als nur ein einfacher biologischer Prozess. Es war emotional, es war spannend, es war, fast ein wenig überwältigend. Vielleicht, kann ich das wirklich ausprobieren, Zor stellte sich die Frage noch einmal, diesmal mit mehr Nachdruck. Der Gedanke, sich auf diese menschliche Art der Nähe einzulassen, erschien ihm plötzlich sehr verlockend. Aber er war sich nicht sicher, ob die Menschen ihm überhaupt beibringen würden, wie das genau funktionierte. Schließlich war er ein Alien und sie hatten sicherlich ihre eigenen Regeln und Erwartungen. Vielleicht war das für ihn als Wissenschaftler nur eine weitere Entdeckung, aber irgendwie spürte Zor ein starkes, fast unkontrollierbares Interesse. Er konnte nicht anders, als sich vorzustellen, wie es wohl wäre, diesen geheimen menschlichen Dretus selbst zu erleben. Es war, als ob die Idee in seinem Kopf einen eigenen Willen hatte und sich immer weiter ausbreitete. Zor fragte sich, wie es sich wohl anfühlen würde, wenn er die Menschen um sich versammelte und sie ihm zeigten, wie es funktioniert. Wie würde er sich fühlen, wenn er selbst ein Teil dieses Prozesses wäre? Könnte ich das wirklich erleben, seine Gedanken wirbelten durcheinander. Die Wissenschaft in ihm kämpfte gegen die Verlockung der Neugier, doch am Ende siegte die Neugier. Ich muss es wissen, entschied er, ich muss es verstehen. Er wartete auf eine Gelegenheit. Tage vergingen, und Zor beobachtete die Menschen immer mehr. Er bemerkte, dass sie oft in einem besonderen Moment miteinander verbunden waren, einer, der weit mehr zu sein schien als nur körperliche Nähe. In vielen Situationen war es die Verbindung von Körper, Geist und Gefühl. Er konnte erkennen, dass es eine Mischung aus Vertrauen, Zuneigung und einem intensiven Bedürfnis war, sich gegenseitig nahe zu sein. Zor hatte keine Ahnung, wie er all das in seine eigene Spezies integrieren könnte, aber er wusste, dass er es irgendwie ausprobieren musste. Eines Abends, als Zor in einem der menschlichen Laboratorien arbeitete, kam eine der menschlichen Forscherinnen auf ihn zu. Sie war eine junge Frau namens Mia, die Zor in letzter Zeit immer wieder in ihren Studien gesehen hatte. Sie schien ihn zu beobachten, als ob auch sie über die seltsamen Gewohnheiten der Aliens nachdachte. Ihre Blicke trafen sich, und Zor konnte den neugierigen Glanz in ihren Augen sehen. Sie wollen also mehr über uns erfahren, nicht wahr, fragte sie mit einem schelmischen Lächeln. Zor nickte vorsichtig, unsicher, wie er die Situation einschätzen sollte. Aber, Mia trat einen Schritt näher, haben sie sich nie gefragt, wie es sich anfühlt, es selbst auszuprobieren, ihr Lächeln war jetzt frech, ihre Worte bedeutungsvoll. Zor starrte sie an. War sie wirklich so direkt? Und was meinte sie mit, es selbst auszuprobieren? Hatte sie die gleiche Neugier wie er? Ich, eh, Zor stotterte, da er noch nie zuvor so direkt angesprochen worden war. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen würde. Es ist, ein sehr persönliches Thema für Menschen, nicht wahr? Persönlich, ja, sagte Mia und trat noch näher, ihre Stimme jetzt fast einflüstern. Aber vielleicht macht es ja gerade den Reiz aus, es zu entdecken. Wenn sie bereit sind, zu lernen, sie ließ ihre Worte in der Luft hängen, als ob sie eine Einladung ausspreche, die Zor so gut wie möglich verstehen musste. Zor stand da, zögerte, und dennoch konnte er nicht leugnen, dass er von einer plötzlichen Lust gepackt wurde, diese menschliche Erfahrung zu verstehen. Wie war es, sich so nah zu fühlen, so verbunden? Die Fragen in seinem Kopf wurden immer mehr, und ohne es wirklich zu merken, machte Zor einen Schritt in Richtung Mia. Sie hatte ihn auf eine Weise verführt, die weit über das rein Physische hinausging. Es war der Reiz der Entdeckung, der ihn zog der Reiz, endlich zu erfahren, wie sich diese seltsame menschliche Erfahrung anfühlte. Doch noch wusste Zor nicht, dass dies nur der Anfang einer viel größeren Entdeckung war. Es war, als ob der Moment die Zeit selbst verlangsamte. Zor fühlte sich hin- und hergerissen, zwischen seiner wissenschaftlichen Neugier und einer plötzlich aufkommenden, intensiven Verlockung. Mias Blick bohrte sich tief in seine Gedanken, als ob sie genau wusste, was in ihm vorging. Die Spannung zwischen ihnen wuchs, fast greifbar in der Luft. Sie trat noch näher, so dass zu ihrer Atmung spüren konnte, warm und gleichmäßig. Ihre Präsenz war fast überwältigend. Ich weiß, was du denkst, flüsterte Mia, ihre Stimme leise, aber klar. Du willst es wissen, nicht wahr? Du willst verstehen, was es bedeutet, so zu fühlen. Wie es sich anfühlt, wirklich lebendig zu sein. Zor schluckte. Es war schwierig, sich auf seine wissenschaftliche Haltung zu konzentrieren, wenn alles in ihm danach verlangte, Mias Worte zu verstehen, sie zu erleben. Ich, ja, stieß er schließlich hervor. Ich möchte wissen, was es bedeutet. Was genau passiert da? Warum ist es für Menschen so wichtig? Mia lächelte und legte eine Hand an seine Schulter. Es ist nicht nur die Biologie, Zor. Es geht um viel mehr. Es geht um Verbindung. Um Nähe. Um Vertrauen. Das ist etwas, das du nur erleben kannst, wenn du es versuchst. Ihre Worte tanzten wie ein verlockendes Versprechen in Zors Gedanken. Er hatte nie zuvor so eine Einladung gehört, so eine Herausforderung, und es zog ihn an, wie ein Magnet. Aber wie soll ich es verstehen, wenn ich es nicht selbst erlebe, fragte Zor, der das Gefühl hatte, dass es mehr als nur ein bloßer Akt der Fortpflanzung war. Es war ein Austausch von Energie, von Emotionen, von etwas viel Tieferem. Mias Augen funkelten, und sie trat einen Schritt zurück. Nun, du kannst es versuchen, sagte sie dann mit einem Anflug von Neugier in ihrer Stimme. Wenn du wirklich verstehen willst, was es bedeutet, dann musst du mehr tun, als nur zuzusehen. Du musst dich darauf einlassen. Und ja, Zor, du kannst es selbst erfahren. Du musst es nur wagen. Für einen Moment war alles still. Zor hatte das Gefühl, dass er an einem Wendepunkt stand. Etwas in ihm brannte vor Neugier. Etwas, das er in seiner Heimatwelt nie gekannt hatte, war plötzlich sehr real und sehr aufregend. Die menschliche Art der Verbindung, von der Mia sprach, war für ihn völlig neu, aber es faszinierte ihn auf eine Weise, die er sich nie hätte vorstellen können. Es war nicht nur die Idee der Fortpflanzung, die ihn interessierte. Es war das Gefühl, dass Menschen miteinander verbannt, diese tiefe, unvermittelte Nähe. Er wollte verstehen, wie es sich anfühlte, wie es war, diesen Moment zu teilen. Wie, wie fängt man an, fragte Zor, immer noch unsicher, wie er sich in dieser neuen Situation verhalten sollte. Mia trat noch näher und griff nach seiner Hand, ihre Finger berührten die Seinen. Es ist einfach, sagte sie. Du musst dich öffnen. Du musst dich selbst spüren und auch den anderen vertrauen. Und dann, sie hielt inne und ließ ihre Hand langsam über seine Finger gleiten, als ob sie ihn aufforderte, sich ihr anzuschließen, sich fallen zu lassen. Dann wirst du verstehen, was es bedeutet, wirklich zu leben. Zors Herz pochte schneller. Seine wissenschaftliche Neugier und seine ungeklärten Gefühle prallten aufeinander. Es war so neu für ihn, so fremd, aber gleichzeitig fühlte es sich richtig an. Vielleicht war dies die Antwort auf all die Fragen, die er sich seit seiner Ankunft auf der Erde gestellt hatte. Es war mehr als nur ein biologischer Prozess, es war ein Erlebnis, ein Akt, der Körper und Geist miteinander verbannt. Und was ist, wenn ich es versuche und es nicht verstehe, fragte Zor, obwohl er die Antwort bereits wusste. Mia lachte leise. Das wirst du nicht wissen, bis du es ausprobierst. Aber ich verspreche dir, es wird alles andere in den Schatten stellen. Der Moment schien sich zu dehnen, als Zor sich entschloss, der Einladung zu folgen. Er wusste, dass es keinen Weg zurück gab, aber er fühlte auch, dass er in diesem Moment etwas wahrhaftig Besonderes erlebte, etwas, das er in seiner Heimatwelt niemals hätte erfahren können. Langsam senkte er den Kopf und ließ sich von Mias Nähe leiten. Ihre Blicke trafen sich erneut, und es war, als ob sie ohne Worte kommunizierten, als ob sie beide wussten, dass dieser Augenblick etwas Tiefgehendes war. Also, murmelte Zor, wo fange ich an? Mia legte sanft ihre Hand auf sein Gesicht, zog ihn zu sich und flüsterte, vertrau mir, Zor zögerte einen Moment, doch dann ließ er los. Es war, als ob sich etwas in ihm öffnete, etwas, das er nie gekannt hatte. Die Verbindung zwischen ihnen fühlte sich intensiv und aufregend an. Er spürte die Wärme von Mias Haut, ihre Nähe, ihren Herzschlag. Es war ein Moment der Intimität, den Zor nie zuvor erlebt hatte. Doch anstatt sich zurückzuhalten, ließ er sich treiben, spürte die Energie zwischen ihnen und begann zu verstehen, was Mia meinte, als sie von Vertrauen und Nähe sprach. Es war nicht nur ein physischer Akt, sondern ein Austausch von Gefühlen, von Verlangen, von Momenten, die sich tief in der Seele einnisteten. Zor war fasziniert von der Menschlichkeit, die in diesem einfachen Akt steckte. Er spürte eine Verbindung, die er nicht erwartet hatte, eine Verbindung, die weit über die Wissenschaft hinaus ging. Der Moment war voller Entdeckungen, voller Fragen und voller Emotionen. Jetzt verstehst du es, flüsterte Mia, als sie Zors Gesicht berührte, und Zor nickte, obwohl er wusste, dass er noch lange nicht alles verstanden hatte. Aber er wusste, dass dies erst der Anfang war. Und so begann Zor, die Welt der Menschen auf eine ganz neue Weise zu erleben, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als jemand, der die tiefen, geheimen Verbindungen verstand, die den menschlichen Körper und Geist vereinten. Es war, als ob die Welt um sie herum verschwommen, der Raum sich dehnte und ihre Gedanken wie flüssiges Licht miteinander verschmolzen. Zor spürte eine seltsame, unerklärliche Wärme in sich aufsteigen, als Mias Hand sanft über seinen Arm strich. Der Unterschied in ihren Kulturen, in ihren biologischen Prozessen, war plötzlich bedeutungslos. Alles, was er kannte, wurde durch das, was er mit Mia erlebte, infrage gestellt. Es ist, wie ein ständiger Fluss, flüsterte Zor, als seine Hände unbewusst ihre Taille berührten. Es war ein neues Gefühl, ein Gefühl von Nähe und gleichzeitig einer unerforschten Freiheit. Die Wissenschaft, die er sein ganzes Leben lang gekannt hatte, war plötzlich nicht mehr genug, um das zu begreifen, was sich zwischen ihm und mir abspielte. Ja, antwortete Mia leise, ihre Augen funkelten im Dämmerlicht. Es ist wie ein Tanz, Zor. Ein Tanz der Körper und der Seelen. Man muss sich darauf einlassen, den Moment fühlen und gleichzeitig alles loslassen. Aber es ist nicht einfach. Du wirst immer wieder versuchen, es zu begreifen, und das ist der Reiz. Zornigte. In diesem Moment konnte er nicht anders, als alles zu hinterfragen, was er über die Welt wusste. In seiner Heimat hatte er niemals verstanden, warum Menschen so viel Bedeutung in diesen flüchtigen Momenten fanden. Aber jetzt, hier, in Mias Nähe, begann er es zu fühlen. Jede Berührung, jedes sanfte Streifen ihrer Haut, trug ihn weiter in eine Welt, die er nie gekannt hatte. Mia nahm seine Hand und führte ihn sanft zu einem weichen Sitzplatz, der in der Ecke des Raumes stand. Ihre Augen funkelten, als sie ihn anblickte, und Zor konnte den ungesagten Wunsch in ihrem Blick erkennen. Es war mehr als nur körperliche Anziehung. Es war eine Einladung zu einer tiefen, emotionalen Entdeckung. Zor fühlte sich plötzlich verletzlich, wie nie zuvor. Alles, was er kannte, schien in diesem Moment weniger wichtig. Es ist mehr als nur ein Experiment, sagte Mia leise, als sie sich neben ihm setzte. Ihre Stimme hatte jetzt einen fast hypnotischen Klang. Es geht nicht nur um das, was du lernen kannst, Zor. Es geht darum, was du fühlst. Wie du dich selbst und den anderen spürst. Der Körper ist nur das Vehikel. Es ist der Geist und das Herz, die miteinander sprechen. Zor atmete tief ein und sah sie an. Ihre Worte waren wie Musik für seine Ohren, und sie verbanden sich mit etwas Tiefem in ihm, das er nie gekannt hatte. Ich möchte verstehen, sagte er, fast wie ein Versprechen. Ich möchte wissen, was es wirklich bedeutet. Mia legte ihre Hand auf seine Brust, direkt über seinem Herzen. Dann lass los, Zor. Hör auf, nur zu denken. Erlaube dir, zu fühlen, ihre Finger glitten sanft über seine Haut und hinterließen eine heiße Spur. Der Moment zwischen ihnen war elektrisch, beinahe greifbar. Es fühlt sich, anders an, sagte Zor, seine Stimme zitterte leicht. Nicht wie etwas, das ich erklären könnte. Es ist, als ob jede Berührung mehr als nur Haut ist. Als ob sie direkt in mein Innerstes vordringt. Mia nickte, ein kleines Lächeln spielte auf ihren Lippen. Das ist der Anfang. Der Anfang des Verstehens. Du beginnst, mit deinem ganzen Wesen zu spüren, nicht nur mit deinem Verstand. Sie beugte sich zu ihm und ihre Lippen fanden schließlich die Seinen. Es war ein sanfter, vorsichtiger Kuss, als ob sie Zor in diese neue Welt einweihen wollte, ihn Schritt für Schritt an das Unbekannte heranführte. Zor schloss die Augen und ließ sich von der Welle der Gefühle überfluten. Es war so neu, so intensiv. In seiner Heimat hatte er nie wirklich verstanden, wie Menschen sich über Berührungen und Nähe definierten, aber jetzt spürte er es selbst. Diese Verbindung war mehr als nur ein Austausch von Energie. Es war eine Verschmelzung von Leben, von Geschichten, von Momenten, die jenseits von Worten lagen. Als der Kuss endete, sah Mia ihm tief in die Augen. Nun bist du bereit, flüsterte sie. Bereit, wirklich zu leben. Bereit, dich zu öffnen und all das zu verstehen, was du dir immer gewünscht hast. Zor nickte langsam, seine Gedanken wirbelten durcheinander. Aber er fühlte sich nicht mehr verwirrt. Vielmehr fühlte er sich als Teil von etwas Größerem. Etwas, das er nie hätte erfassen können, wenn er weiterhin nur mit seinem Verstand gedacht hätte. Was passiert jetzt, fragte er, obwohl er bereits wusste, dass er nicht mehr zurück konnte. Die Welt um ihn herum hatte sich verändert, und mit ihr auch er selbst Mia lächelte und legte ihre Hand auf sein Gesicht. Jetzt, jetzt passiert der wahre Austausch. Der wahre Tanz. Du musst dich nur weiter öffnen. Zor konnte nicht anders, als sich von ihren Worten leiten zu lassen. Es war nicht mehr nur Neugier, die ihn antrieb, sondern ein tiefes Verlangen, die Welt auf eine Art und Weise zu erleben, die er nie für möglich gehalten hatte. Ich bin bereit, sagte er und spürte, wie sich eine Welle der Entschlossenheit in ihm ausbreitete. Dann lass uns beginnen, flüsterte Mia und zog ihn wieder zu sich. Und in diesem Moment wusste Zor, dass er an einem Punkt angelangt war, an dem es keine Rückkehr mehr gab. Die Reise, auf die sie sich begeben hatten, war erst der Anfang. Ein Anfang, den er mit Mia teilen würde, Schritt für Schritt, bis er schließlich verstand, was es wirklich bedeutet, lebendig zu sein. Es war ein Moment völliger Intensität, als Zor und Mia in dieser Verbindung verweilten. Die Luft um sie herum schien zu vibrieren, als die Grenzen zwischen ihnen verschwammen und nur noch das Gefühl zählte. Zor fühlte sich, als ob er sich in einem Raum voller Energie und Möglichkeiten befand, in dem alles, was er gekannt hatte, plötzlich irrelevant wurde. Mias Nähe, ihre Wärme, ihre Leidenschaft, alles war wie ein aufregendes Mysterium, das er noch zu entschlüsseln versuchte. Du fühlst es, nicht wahr, flüsterte Mia, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch. Das ist es, was ich meinte. Das ist der Moment, den du nie wieder vergessen wirst. Zor nickte, seine Augen geschlossen, während er den Kontakt zu ihr weiter vertiefte. Er hatte das Gefühl, als ob jede Faser seines Wesens in Flammen stand. Die Berührung, die er zuvor als reine Neugier betrachtet hatte, war nun zu einem wahren Erlebnis geworden eine Reise, die ihn mit jeder Sekunde weiter und weiter zog. Er spürte, wie seine Welt sich veränderte, wie er von einem Zustand der wissenschaftlichen Unschuld zu einem Ort voller Emotionen, Gefühle und tiefem Verstehen überging. Ich verstehe, hauchte Zor schließlich, als er sie anblickte. Es geht nicht nur um den Moment. Es geht um das Gefühl, das danach bleibt. Die Verbindung. Mia lächelte und legte ihre Hand auf seine Brust. Genau. Es geht darum, sich selbst und den anderen zu spüren. Und diese Verbindung ist es, die wirklich zählt. Der Raum um sie schien sich zu leeren, als die Zeit stillzustehen schien. Es war ein Gefühl der vollkommenen Übereinstimmung, als Zor und Mia, ohne Worte, ihren Tanz der Nähe fortsetzten. Jede Berührung war jetzt ein Dialog ohne Worte, ein Austausch, der mehr sagte als jede Erklärung. Zor hatte das Gefühl, endlich etwas zu verstehen, das jenseits der Wissenschaft lag ein Band, das nur durch Erleben begreifbar war. Doch allmählich ebte der Sturm der Emotionen ab, und ein ruhiger, friedlicher Moment trat an die Stelle der intensiven Spannung. Sie lagen nebeneinander, ihre Körper immer noch in enger Verbindung, aber der Drang hatte sich gelegt. Zor spürte, wie der Kopf des Wissens, der ihn lange begleitet hatte, sich langsam zurückzog und einem sanften Gefühl von Frieden und Zufriedenheit Platz machte. Ich glaube, ich habe es verstanden, sagte Zor schließlich, seine Stimme nun ruhiger. Es ist mehr als nur Wissenschaft. Es ist eine Erfahrung, die man nicht erklären kann, nur fühlen. Mia nickte, ihr Blick war warm und erfüllt von einem stillen Verständnis. Ja, Zor. Du hast es endlich verstanden. Und das ist der Beginn von etwas völlig Neuem. Zor sah sie an und wusste, dass dieser Moment, dieses Erleben, ihn für immer verändern würde. Nicht als Wissenschaftler, sondern als jemand, der ein wahres Stück Menschlichkeit erlangt hatte, ein Erlebnis, das ihm mehr gab, als er je für möglich gehalten hatte. Danke, flüsterte er, als ihre Blicke sich trafen. Für diese Erfahrung. Mia lächelte sanft. Es war mir eine Freude, Zor. Aber denk daran, dies ist nur der Anfang. Und mit diesen Worten endete ihr Austausch, aber in Zor blieb das Gefühl eines neuen, unerforschten Horizonts. Etwas, das er weiter erforschen wollte. Und so gingen sie beide ihren Weg, mit der Gewissheit, dass der wahre Akt der Entdeckung oft weit über das hinausgeht, was man sich je hatte vorstellen können.